Ich finde nicht wirklich, dass du gut damit zielen kannst, oder? Einer müsste jetzt da, wo du bist, rechts daneben sein. Der andere steht da hinten. Der hört jetzt nicht so richtig zu dem rennen. Ja. Alter, was machst du? Aber ich meine, das Ding hat eine Reichweite von 250 Meter, Alter. Und ich finde nicht wirklich, dass du gut damit zielen kannst, oder? Nee. Das ist die nächste Kurs, ja, weil er nach... Mhm. Er wird drüben nach oben. Ja, ja. Und die sind echt ziemlich nah. Geht die Richtung um. Aber ich gehe da mal aus Dachen, Worte von da. Ja. Aber die kommen bestimmt nicht her, weil wir die Karte schon zugedeckt haben. Das ist ja egal, die müssen die ja auch für sich selbst zudecken. Ach so, ich dachte, wir machen das gleich für alle. Ja. Das ist nur beim... Bei Quickplay ist auch so. Das ist ja... Die Halbquelle zu aktiv, man muss ja auch selber vier aufdecken. Oh, ich habe gerade eine Fährte wieder gehört. Wurde da hinten? Ich glaube, immer noch da. Okay. Oh, ja, die sind liegen noch nicht. Ja? Hast du geschossen? Ja. Ich habe einen zweimal gelegt. Einer ist links rüber gerannt, der andere ist rechts rüber gerannt. Einer müsste jetzt da, wo du bist, rechts daneben sein. Der andere steht da hinten. Ich habe ihn. Mit der Winfield. Das ist der Entfernung. Ich habe den anderen. Sehr schön. Aber beide. Okay. 150 hat er springen lassen. Hier. Quatsch hier. Also da. Ach ja. Da hat eine Label. Oder? Ja. So, dann kann ich gleich noch mal nach Munition kurz gucken. Ja, das ist weg. Und hier vorne. Schön. So, jetzt lassen wir uns die anderen Sportsfreunde holen, oder? Wo waren die im Norden? Das waren mehr so nördlich. Getreidemühle oder so. Oder die wurden schon angelockt von unseren Schissen. Was mit dir, Micha? Da war ich gerade oben. Sweetbell. Ah, Getreidemühle. Hm. Ich habe Glück, habe mich da oben gewartet. Aber ich habe so gesagt, hey, die müssen doch jetzt langsam mal kommen. Wann wird das jetzt? Ja, die saßen oben auf der Mauer. Und so weit reicht das, ja? Das ist ja extrem krass. Ich glaube, da sind keine. Oh, aber da sind noch welche. Tja, was nu hin? Wir können doch erst mal den Anden los machen. Da hundert jetzt natürlich nicht nur zu dem rennen. Ja. Weiter, Andro läuft ja nicht weg. Dann gehen wir hin. Ah, ist schon wieder hier. Gibt es hier einen Ausgang? Nein, nur an uns vorbei. Willst du rein schon wieder? Nein, dafür bin ich gerade so gut ausgestattet. Nein, das war's. Ich will eigentlich mehr so nach da drüben, in einem Weg abschneiden. Wir müssen sie dazu bringen, halt ihre Sicht aufzubrauchen. Aber bleib am Leben, Alter. Lass dich nicht abknallen. Die Fenstern, die sind so weit weg. Ich sehe das nicht, ob da einer steht. Was war das? Ich habe gerade in der Laterne reingeworfen. Okay. Ein bisschen Angst machen. Ja. 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 Das sind wohl noch die zwei einzigen auf der Map. Ja, jetzt sitzen sie irgendwo hier in der Mitte. Meinst du, man kann von hier da hinten was reinwerfen? Leicht? Ja. Also hier durch das Fenster. Okay. Nichts gehört. Da hat doch jetzt einen Neumstetten gehört, ja. Alter, was machst du? Alter, ist klar. Ich habe da geguckt und geguckt. Wir sitzen da auf der Treppe, oben an der Ecke. Ich habe nicht mal was zum Ausmachen. Jetzt hinrennen und den Hals benutzt er gerade seine Gesichter ein. Soll ich rein stürmen? Hier durchs Fenster springen? Ja, wo ist es jetzt auch nicht mehr? Jetzt gut. Scheiße. Da, was ich auch nicht? Da, was ich auch nicht? Was ist jetzt? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hätte ich meinen Dynamite gebraucht. Alter, kannst du mich verarschen? 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 Ich habe keine Munition, Alter. Ja, fuck. Doch, ich habe noch Munition. Er hat sich selbst gekillt. Echt? Ja. Der Idiot. Wollt ihr mir einen Kehl nicht können, oder was? Der Schlitter wurde geworfen und durch die Schlitter hat er sich dann selbst gekillt. Aber Hauptsache nicht vor der Töten. Scheiße. Er saß so behindert, den konnte ich nicht richtig sehen. Er saß die Treppe hoch, in der Ecke von der Treppe. Hm. Ja, die Upper Cut ist leer. Mann. Schade. Ech. Meine Trophäe hast du schon aufgenommen, oder? Hm. Ja, dich kann ich nicht mehr retten, aber das ist Kacke, Mann. Ich renne zum Ausgang. Hat er sich da oben selber weggesprengt, Alter. Ich bin einiger. Ich bin einiger. Ich bin einiger. Ich bin einiger.